Für das zurückliegende Jahr, für das Jahr 2017, können wir eine Bilanz ziehen, die sich sehen lassen kann. Wir sind durchaus noch auf einem hohen Niveau, haben 0,5 Prozent Rückgang bei der Kriminalität zu verzeichnen. Es sind summarisch gesehen rund 323.000 Straftaten, die wir, die die sächsische Polizei im letzten Jahr zu bearbeiten hatte. Besonders erfreulich ist, dass die Aufklärungsquote gestiegen ist und das in diesem Jahr um etwas mehr als drei Prozent über alle Delikte hinweg. Natürlich, in den sozialen Medien werden immer Probleme aufgegriffen, die aktuell sind. Eines der Probleme, über das im Freistaat Sachsen zuletzt häufig gesprochen worden ist, das ist der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Da haben wir einen deutlichen Rückgang. Ein Rückgang um immerhin mehr als 13 Prozent im Verhältnis zum Jahr 2016. Ebenfalls positiv zu bilanzieren ist, dass die Kfz-Kriminalität rückläufig ist. Auch da, das ist jetzt ein Zufall, ein Rückgang um mehr als 13 Prozent. Und das ist eine Konstellation, wo zwei Phänomenbereiche, die die Bevölkerung besonders interessieren, doch eine klare Tendenz nach unten aufgewiesen haben. Da können wir feststellen, dass wir im Bereich der Grenzkriminalität, also der Kriminalität in den Grenzgemeinden, den niedrigsten Stand seit zehn Jahren haben. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Und das wird auch ein Stück weit in Bürgerversammlungen an dem einen oder anderen Ort wieder gespiegelt. Es ist nicht überall gleich. Dafür ist die Grenze zu lang, dafür ist die Situation vor Ort zu unterschiedlich. Bilanz ist gut. Die Zukunft wird uns hoffentlich die Arbeit wieder etwas einfacher erledigen lassen. Denn ich kann sagen, mit dem Schwenk und mit dem Zurverfügungstellung von tausend Stellen für die Polizei ist ein Personalaufwuchs absehbar. Nicht heute Morgen. Aber nach der Talsohle befinden wir uns hier in einem klaren Aufstieg. Und das lässt zuversichtlich in die Zukunft blicken. Und ich glaube, wir gehen an dieser Stelle einen Weg, der sich sehen lassen kann.